Wir bekommen nicht immer, was wir wollen, Sami. Soll ich dir was sagen? Wenn ich mal unfassbar reich bin... ...können wir tausende solcher Autos kaufen. Um ein erfolgreicher Unternehmer zu sein, muss man es auch mal in Kauf nehmen, zu verlieren. Was wird die nächste große Sache sein? Von allen Unternehmen, in die ich investiere, habe ich deins ausgewählt, um es groß zu machen. Oder bist du noch nicht bereit für das Rampenlicht? Ich bin definitiv bereit. Ich habe ein Recht darauf, Sami zu sehen. Er ist mein Neffe. Er ist mein Blut. Nicht, solange du hier mit drin steckst. Ich kann nachts nicht schlafen und denke über mein beschissenes Leben nach. Du brauchst acht Millionen für deinen Durchbruch. Du musst mehr Geld leihen. Und ich darf Sami sehen. Ja, klar. Da kommt was auf uns zu. Wie führt uns vielleicht hier raus? Wir müssen jetzt gut aufpassen. Du willst mich doch einfach nur ausbilden lassen. Ich muss aussteigen, ich kann das nicht mehr. Das du hier sitzt, hast du mir zu verdanken. Sami! Du musst von hier verschwinden, ja? Wir bekommen nicht immer, was wir wollen. Ich bin Abstimmung in zwei. Untertitelung des ZDF, 2020